Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Ach Leute, ich habe gerade bestimmt 20 Minuten lang auf die Karte gestarrt, die einfach unheimlich voll ist mit allem möglichen, was wir machen können. Und trotzdem ist mir nichts eingefallen, was ich machen möchte gerade oder was ich als nächstes angehen möchte. Nach der Mission, die wir in der letzten Folge gemacht haben, hat die so unglaublich lange gedauert. Die Leute hier haben wieder spontan ihre Klamotten gewechselt gerade. Ich weiß nicht, schaut euch nochmal gerade die Frau mit dem braunen Kleid hier an. Als ich die gerade eben das erste Mal gesehen habe, hat die noch was anderes angehabt. Die Leute wechseln spontan ihre Klamotten auf der Straße. Ja, die Mission vom letzten Mal war ein Teil der Hauptstory. Der Jakobiner Club. Und wir sollten ein Treffen belauschen durch ein kurioses Loch im Boden. Also es war, glaube ich, ein Hotel oder sowas. Und da war einfach mal ein riesiges Loch im Boden, was überhaupt keinen Sinn machte. Für mich persönlich. Ja, das überhaupt keinen Sinn machte. Und wir haben da dieses Treffen belauscht und irgendetwas über Elise rausgefunden. Die Mission hat sich unglaublich in die Länge gezogen. Hat unheimlich lang gedauert. Ich habe die Folge so übelst überzogen und hatte selber überhaupt keinen Nerv mehr. Und ich habe auch nachher in den Kommentaren dann... Und ja, also die Sache war einfach, dass ich keine schlechte Laune hatte und aufgenommen habe, sondern dass ich erst durch die Aufnahme schlechte Laune bekommen habe, weil es eben einfach so lange gedauert hat. Und weil vor der Woche Pause einfach noch alles fertig werden sollte und ich ein bisschen unter Zeitdruck stand. Und dann war es halt geplant, 20 Minuten aufzunehmen. Und die Folge hat einfach mal 50 Minuten gedauert. Und die Mission hat sich einfach gezogen ohne ein Ende in Sicht. Ja, und dann hatte ich halt ein bisschen schlechte Laune. Aber ich sage mal, generell, wenn ich zu der Sache hier keine Lust hätte, wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann würde ich es auch nicht machen. Also es macht mir unheimlich viel Spaß. Und auch, ich meine, es ist halt so. Jeder, der Videospiele spielt, kennt diese frustrierenden Momente, in denen man das Spiel einfach haftet, obwohl es in Wirklichkeit nicht so ist. Naja, und sowas war halt auf jeden Fall in der letzten Folge der Fall. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass diese Folge einfach mal ganz ruhig anzugehen und einfach zu schauen, wo ich gerade stehe und was so in der Nähe ist. Und ihr seht schon, ich bin gerade hier irgendwelche Kisten am Einkreisen. Ich kreise hier um die Kiste rum, versuche die irgendwie zu finden. Und ich habe jetzt die ganze Zeit auf die Karte gestarrt und bin mir nicht sicher, was ich in dieser Folge machen soll, weil ich irgendwie gerade so matschig im Hirn bin. Was tatsächlich überhaupt nichts mehr mit der letzten Folge zu tun hat. Wo komme ich denn da rein jetzt? Kiste ist hier unten irgendwo. Ach nee, die ist ganz weit unten. Ach, die ist runterirdisch. Ach Gottchen, ja, da hinten sind aber auch Treppen eingezeichnet. Was wollte ich sagen, ich bin total matschig im Hirn, es ist total warm heute. Ich mache jetzt gerade wieder einen riesen Aufnahmetag mit allem für die nächste Woche. Oh, hier ist eine Tür. Oh, die versuche ich einfach mal gerade. Ach nein, ich habe keine Dietriche, dann versuche ich es doch nicht gerade. Aber wo ist denn die Tür? Hier ist doch irgendwo die Treppe. Hier ist irgendwo eine Treppe eingezeichnet. Ist ja wahrscheinlich auch da drin. Ach Gott, dann lassen wir das einfach. Naja, und ich bin auch generell total müde heute, weil ich gestern meinem besten Freund 14 Stunden lang beim Umzug geholfen habe. Ich glaube, der Umzug war so ungefähr sechs Stunden lang geplant und hat dann einfach nochmal sieben Stunden länger gedauert. Ach, keine Ahnung. Und irgendwie insgesamt war ich 14 Stunden da irgendwie beschäftigt und bin total platt. Also wir konnten auf jeden Fall super gut schlafen letzte Nacht. Ich habe auch schon gar nicht mehr richtig mitbekommen, wie ich das Licht ausgemacht habe wahrscheinlich. Ich war sofort irgendwie eingepennt. So, versuche ich mal die Kiste da. Ja, und ich fühle mich gerade so richtig matschig im Hirn. Deswegen, ich stand jetzt gerade da, wo ich gestartet bin, gerade eben, stand ich eigentlich ganz in der Nähe von einem der mysteriösen Mordfälle. Und die machen mir an für sich auch riesig Spaß. Ich habe schon überlegt, ja komm, machste den jetzt in der Folge. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob ich den gerade schaffen würde. Ob ich da irgendwie gerade in der Lage bin, das richtig zu erfassen, worum es da geht. Ich fühle mich gerade so hirnleer. Also, ich meine, das ist auch sonst eigentlich nicht groß anders. Ich stelle mich ja immer ein bisschen an, aber gerade ist es wirklich extrem. Und deswegen wollte ich heute eigentlich irgendwas Einfaches machen. Jetzt habe ich 20 Minuten lang auf die Karte gestarrt und war mir nicht einig, was ich jetzt mache. Und dann dachte ich mir... Koop-Mission? Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich das nicht einfach mal machen soll. Aber irgendwie... Nee. Da bin ich gerade auch nicht... Auch nicht fit genug für, glaube ich. Was soll derjenige von mir halten, wenn ich versuche, ihm zu helfen? In seiner Mission und dann... Da total ablose. Irgendwann muss ich das auf jeden Fall noch ausprobieren. Koop-Mission. Werde ich auf jeden Fall noch machen, aber nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt 20 Minuten auf die Karte gestarrt und war mir nicht sicher, was ich machen soll. Und dann dachte ich, komm, bevor du es jetzt weiter hinauszögerst, fang einfach mal an. Lauf einfach in irgendeine Richtung, sammel irgendwelche Kisten ein, laber drauf los und komm erst mal wieder rein. Ja, und das versuche ich gerade. Ich bin... Ich schlage wahrscheinlich gerade schon so ein bisschen die Richtung ein zu einem Gesellschaftsklub, weil ich die Hoffnung habe, dass der nicht ganz so kompliziert ist. Die Missionen sind ja in der Regel nicht wirklich kompliziert. Weil ich hatte jetzt auch gerade keine ordentliche Pariser Geschichte in der Nähe oder so, die ich schnell hätte machen können. Hallo Extremisten. Also werde ich mich jetzt anhand der Kisten kurz zum nächsten Gesellschaftsklub, glaube ich, vorarbeiten. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Das ist dann auf jeden Fall ein Fortschritt und eine Mission, die man machen kann, aber eben nichts großartig Kompliziertes. So, Nummer 1, Nummer 2. Sehr schön. Das hat doch gut funktioniert. Da freue ich mich immer wieder, wenn ein Plan so funktioniert, wie ich ihn erdacht hatte. Vor allem lief das gerade ziemlich flüssig, fand ich. Der Bewegungsablauf von dem Dach runter hier rüber war eigentlich echt gut. Ja, ich sehe schon, da ist eine Tür. Ist die verschlossen? Ja, sicher. Und natürlich habe ich keine Dietrich hierbei. Nach wie vor nicht. Aber hier ist ein Händler am Ende der Straße. Den werde ich mal gerade hinzuziehen und freundlich um Unterstützung bitten. Dann wird er mich wahrscheinlich freundlich um Geld bitten. Dort, Dietrich hier. Ja, ja, komm, gib mir einfach mal alles, was du hast. Nee, alles, was ich tragen kann. So, haben wir wenigstens wieder ein paar Dietrich hier. Achso, komm, wenn wir gerade dabei sind. Wie sieht es denn mit unseren... ...Phantomklingen habe ich? Berserkerklingen? Nehmen wir noch die eine mit. Dann haben wir die nämlich auch wieder. Muss ich mir da keine Gedanken machen. So. Ich könnte auch mal wieder meine Ausrüstung ein bisschen aufbessern. Dann holen wir uns noch die Initiates-Truhe, wenn ich da vielleicht rankomme. Die ist hier unten. Na, geh wieder runter. Ich sehe sie schon da hinten. Ja, halte ich heldenhaft an dem Karren hier fest. Das beeindruckt die Mädels. So, da ist die Truhe. Was gibt es hier Spannendes? Oha. Connors Montur. Sehr schön. Connor war, glaube ich, aus Teil 3 der Indianer-Assassine. So, und hier haben wir schon den nächsten Gesellschaftsklub. Hier wollte ich hin. Wir sind auch schon wieder in der Nähe der nächsten Hauptmission. Ich könnte also in einer der nächsten Folgen dann auch da irgendwie weitermachen, wenn ich da Lust so hätte. Schauen wir mal. Aber jetzt erst mal die Renovierung des Café du Marais oder so. Marais, Marais, ich weiß es nicht. Wir renovieren es einfach mal. Ah, ja. Schick. Oh, ich habe Geld. Ich habe jede Menge Geld. Das ist gut. Ich sollte auch mal wieder meine Ausrüstung irgendwie verbessern. Und wenn ich das jetzt gerade auf der Karte richtig sehe, sind hier sogar drei Café-Missionen. Kann das sein? Ich glaube mal. Oh, ich habe eine Blüte. Ja, ja. Ich sehe mich auch. Was ist das für ein sinnvoller Raum hier? Der ist unglaublich toll. Kein Treppenaufgang, kein gar nichts. Einfach nur Besenkammer, aber ohne Besen. Haben wir hier eine Treppe. Ja, eine Treppe. So, und hier haben wir ein Buch. Ach, das ist wieder das Club-Profil. Ne, ich will eigentlich nur Missionen, Missionen. Weiter oben. Die Missionen sind weiter oben. So, hier haben wir eine. Die Diebeskunst der Kunstdiebe. Schwierigkeit eins. Das klingt sehr gut für meinen Zustand. Gerade Schwierigkeit drei. Ein dramatischer Abgang. Hier hinten alte Habits ablegen. Schwierigkeit vier. Ach du Scheiße. Ne, ich nehme glaube ich erstmal die Schwierigkeit eins für den Anfang. Das reicht mir gerade. Also, die Diebeskunst der Kunstdiebe. Den Anführer eines Rings von Kunstschmugglern eliminieren. Das klingt machbar. Oh nein, Text. Alexandre Lenoir, oder so, versucht die französische Kunst zu konservieren und ein Nationalmuseum im Palais du Louvre zu erschaffen. Leider zieht eine Bande Räuber durch die Maree. Das machen wir. Das klingt gerade sehr machbar für mich. Ist auch gar nicht so weit weg. Knappe 400 Meter, glaube ich, waren das. Kann man mal machen. Ach komm. Ach komm, ja. Versuch's nochmal. Ja, ich weiß das nicht. Hier unten haben wir wieder irgendeinen, der Aufmuch ist. Hoffentlich. Nachverdacht. Komm her jetzt. Jetzt bin ich extra wegen dir hier runtergeklettert. Ja, das war doch mal ein Move. 29 von 30. Beim nächsten Massenereignis haben wir auch schon wieder eine Stufe geschafft quasi. So, wir müssen in diese Richtung. Oh, eine schöne Parkanlage. Das sind aber nicht hier die königlichen Gärten mit der Sonnengeschichte. Stimmt, das war nämlich, glaube ich, die... Oh, hier haben wir auch eine Pariser Geschichte oder so. Bei der netten Dame. Ja, Pariser Geschichten. Für eine Handvoll Duellanten. Machen wir später irgendwann. Aber werden wir auf jeden Fall noch machen. Ähm, oh, da ist noch eine... Aber die ist auf der anderen Seite. Initialstruhe. Äh, guten Tag, die Wachen. Ich möchte hier nur ganz normal durchspazieren. Ich hab nichts getan. Ich bin schon fast etwas überrascht, dass, äh... Weißt du, da stehen vier Wachen. Und die Frau schreit sich hier die Seele aus dem Leib. Haltet den D. Ob der da hinten irgendwie wegrennt. Und die reagieren mal null. Unglaublich tolle Wachen. So, wo ist denn hier die Truhe? Bestimmt in dem Garten hier. Ja, da hinten. Die holen wir uns auch noch schnell. Und dann kümmern wir uns um den Schmuggleranführer. Was gibt's hier? Geld. Ja, Geld ist auch gut. Nehme ich. Kann man auch gut gebrauchen. So, 214 Meter. Stiefeln wir mal wieder aufs Dach hoch. Das bin ich. Ich muss das, was ich jetzt nicht noch überrascht. Ich muss das, was jetzt nicht mehr zu sein. So, ja. Dann, was ich jetzt noch nicht mehr rauskriegen. Dann, was ich ja auch nicht mehr. Dann. Amn. Wundert euch nicht, ich bin gerade wirklich ein bisschen schweigsam. Also ich habe gerade tatsächlich die ganze Zeit nichts gesagt, weil mir einfach nichts mehr einfällt. Ich bin irgendwie voll am Arsch heute, ich bin echt müde, ach Gott und dann ist das Wetter noch so warm und alles, ach man, aber es macht mir trotzdem Spaß, ich habe Spaß, ich muss es mir nur oft genug einreden, nein, ich habe wirklich Spaß, ich spiele es ja gerne und ich rede auch so gerne mit euch, mir fällt nur manchmal einfach nichts mehr So, das sind die Kollegen wahrscheinlich schon, da oben steht auch irgendwo ein Schütze. Ach komm, das ist eine Stufe 1 Mission, da laufe ich jetzt einfach mal rein. Da ist kein großer Aufwand gerechtfertigt, glaube ich, weil die stellen sich doch alle gar nicht großartig an, die lassen sich alle mehr oder weniger wehrlos töten, das wird so ein kleines Gemetzel für zwischendurch. Das kleine Blutvergießen für zwischendurch, quasi wie so ein, ich weiß nicht, so ein Drive-Thru. Oder hier in den Hof einfach ein Drive-In. Einfach mal schnell vorbeikommen, ein bisschen Blut vergießen und schon ist man wieder on the road. Mal eben die ganzen Kerle hier ausnehmen. Die erste Folge dieser Woche ist, ähm, ich bin mir grad nicht sicher, so genau über meine Einstellungen ehrlich gesagt. Was, äh, gerade das Verhältnis von Ton, ähm, von Lautstärke, Spiel zu Sprache und so weiter angeht. Weil mein Laptop, der mir in letzter Zeit schon etwas Scherereien gemacht hat, nun komplett den Geist aufgegeben hat. Ich musste ihn einschicken. Und der ist jetzt, ähm, erstmal zur, ja, Reparatur. Und ich muss mich jetzt gerade behelfsmäßig mit einem fremden Laptop begnügen. Auf dem ich natürlich erstmal alles installieren musste, was ich so brauche. Und meine ganzen Einstellungen sind halt futsch. Weil ich bin ja so jemand, der einmal irgendwie schaut, ähm, dass es läuft und dann am besten nichts mehr berührt, damit es nicht, äh, plötzlich nicht mehr läuft. Also eigentlich hab ich, wow, von den ganzen Dingen keine Ahnung. Und bin einfach nur glücklich, solange es läuft. Und jetzt, ähm, sah ich mich halt in der Notwendigkeit auf einem fremden Laptop alles... Nein! Uh, das war knapp. Alles zu installieren. Und entsprechend natürlich auch die ganzen Einstellungen neu zu machen. Von denen ich ja, wie gesagt, gar keine Ahnung habe. Und ich hab mich jetzt hier durch irgendwelche Menüs durchgeklickt. Und ich sag mal, es läuft. Also ich nehme gerade irgendwas auf. Ich weiß aber noch nicht, wie gut es läuft. Also wie jetzt, ähm, tatsächlich gerade mal wieder das Verhältnis von Spielsound zu besprochener, mit dem Audiokommentar ist und so weiter. Wenn sich hier also jetzt gerade irgendwas grauenhaft anhört oder man vielleicht viel zu sehr mein Atmen hört oder irgendwas, dann liegt es an den Einstellungen, die ich erstmal wieder ein bisschen feiner hinkriegen muss. Das werde ich dann natürlich selber auch hören, beim Schneiden spätestens. Und dann muss ich dann nochmal ein bisschen nacharbeiten. Aber es wird jetzt erstmal mindestens diese ganze Woche so sein. Oh, hallo. Wem hat er denn jetzt was geklaut? Hier war doch überhaupt niemand mehr. Wo ist er jetzt hingerannt? Habe ich jetzt eigentlich... Ach, ich hab den Anführer schon getötet. Ich muss auch nur noch aus dem Gebiet raus. Sag mir das doch mal einer. Ich beschäftige mich hier noch stundenlang. Alter. Lass mich verarschen. Komm her jetzt. So, das müsste doch eigentlich der 30. gewesen sein. Jawohl. Einen ganzen Satz, um eine Belohnung zu erhalten. Und die Belohnung ist... Ein meisterlicher Phantommantel. Oha, oha. Hallo, guten Tag. Lassen Sie mich mal durch, ja? So, aus dem Gebiet heraus. Jawohl, Gesellschaftsklub-Missionen abgeschlossen. Das ist schön. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Nein, ich will das nicht... Ich will das nicht lesen. Ich will auf die Karte. So. Hier bin ich. Und hier sind ganz viele verschlossene Truhen, die aber wahrscheinlich sowieso Stufe 2, 3, 4, 5, 6 sind. Ach, was ist denn jetzt in der Nähe? Was können wir denn noch schnell machen? Eigentlich ist die Folge schon da vorbei. Ich werde jetzt noch schnell das Artefakt hier einsammeln. Und dann werde ich wahrscheinlich im Off... Genau, ich gehe mit euch zusammen jetzt das Artefakt einsammeln. Und im Off werde ich noch die 3 Kokaden hier einsammeln. Und dann vermutlich im Café einfach mal wieder die Truhe leeren. Und dann schauen wir in der nächsten Folge einfach mal weiter. Also, noch schnell zu dem Artefakt. Das mache ich noch eben mit euch zusammen. Im Off werde ich dann noch die 3 Kokaden einsammeln. Und dann sehen wir nächste Folge einfach mal weiter. Wobei ich euch jetzt schon sagen kann, dass ich in der nächsten Folge nicht viel fitter sein werde als in der heutigen, weil ich sie nämlich jetzt gleich direkt danach aufnehme. Das macht also überhaupt keinen Unterschied. Die kommt zwar dann erst 3-4 Tage später... Ne, lass mich überlegen. Das hier ist... Das ist Montag. Ja, dann kommt die andere am Donnerstag. Aber da ich sie jetzt direkt hintereinander aufnehme, macht es keinen Unterschied. Ich werde genauso hirnmatschig sein wie jetzt. Geh mal hier rein. Geh mal bitte in das Fenster rein. Jetzt habe ich hier eine Truhe, aber ich will auch eigentlich... Achso, da unten ist auch das Artefakt. Ja, aber natürlich mal wieder keine... Was sind das für Räume? Also ich meine, wundert sich jemand, dass hier jetzt keine Möbel drinstehen oder so? Ne, ich mich nicht, weil da kommt ja kein Arsch hin. Ist ja keine Treppe dran. Das ist ein reiner Assassinenraum hier. So, hier ist noch ein offenes Fenster. Müssten aber richtig sein. Genau, da ist das Artefakt. Zack, meins. Zwei von fünf aus dem Satz in diesem Bezirk. Und hier haben wir eine Tür. Ah, die Truhe ist hinter der Tür. Dann schauen wir noch eben, ob wir die Tür geknackt kriegen. Ich habe ja eben extra ein paar Dietrich hier geholt. Ja, das war einfach. Das war einfacher als erwartet. Ich habe jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass es funktioniert, aber hey. Oh nein, und die Truhe selbst ist auch nochmal verschlossen. Das ist aber gemein. Das ist echt gemein. Na super. Jetzt habe ich die Tür direkt aufgekriegt und scheitere an der Truhe selber. Ach, Gott sei Dank. Okay, die Truhe haben wir also auch noch schnell gemeinsam gemacht. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wie gesagt, ich werde jetzt im Off schnell noch die Kokaden einsammeln. Oh, da ist ja noch eine. Die ist wohl jetzt erst aufgetaucht. Dann nehme ich die auch noch mit. Also eins, zwei, drei, vier. Die Kokaden sammle ich ein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und schauen mal, was es dann zu erledigen gibt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Das ist wohl. Deineue hat auch. Dann noch nicht mich für mich wundersch ought. Untertitelung des ZDF, 2020